Dazu brauchen wir einiges an Material. Unter anderem fangen wir mal von unten an Basic Capacitor. Redstone, Gold Nuggets, Kupfer. Redstone, Gold Nuggets, haben wir noch welche da? Gold Nuggets, einen, okay. Dann müssen wir uns noch ein paar machen. Gold Nuggets und Kupfer. So, das haben wir gleich. Gold Nuggets. Gold Nuggets. Kupfer. Aber das war natürlich verkehrt. Wir brauchen vier Gold Nuggets, genau. So, vier Gold Nuggets. Damit haben wir den schon mal. A lot of soul. Basic Capacitor. Mitte unten. So, ich sehe schon, ich habe wieder Hunger. Und das ist nicht gut. Da ist nicht mehr viel drin. Not eaten recently. Durch den Server Restart hat sich anscheinend meine Foodliste gelöhrt. Ich bin jetzt gerade mal nicht drum böse. Okay, nächstes Thema. Maschinen-Chassis. Iron Ingotts und Iron Bars. Iron Bars. Und Iron Ingotts. Na gut, da müssen wir noch ein paar holen. Iron Ingotts. So, hoffen wir, dass das reicht. Ansonsten, wir wissen ja, wo es noch mehr gibt. So. Damit haben wir das Maschinen-Chassis. Das kommt in die Mitte. Eigentlich könnte ich das gleich hier machen. Wäre vielleicht fast sinnvoller. Na gut. Ja. Da machen wir das doch auch gleich, ne? So, Electrical Steel und Pulsating Crystal. Pulsating Crystal, da ist nämlich das Schwierige da drin, ist ein Diamant. Davon brauchen wir ja zwei dann. So. Und. Dann brauchen wir noch dieses Pulsating Iron Nugget. Das wird hergestellt aus Pulsating Iron. Und Pulsating Iron wird hergestellt im Alois-Melter mit Enderpearl und Iron Ingot. So, den Alois-Melter haben wir noch hier. Genau. Den stellen wir jetzt einfach mal kurzfristig da hin. Saft kriegt er. Zwei, äh. Nicht All-Smelting Alois only. Mensch, jetzt brennt immer das Eisen nochmal durch. Ach ja. Na gut. Spielt auch keine Rolle. Zwei Enderpearls. Haben wir da. Man merkt schon, das ist ein bisschen aufwendiger das Ganze. Aber es ist eigentlich okay. Na, jetzt haben wir Iron Nuggets. Super. Die Frage war doch vorhin sogar irgendwas mit Iron Nuggets, ne? Naja. Die Iron Nuggets können wir aber wieder zusammen backen. Das ist nicht das Problem. Die Iron Nuggets können wir jetzt mal irgendwann fertig werden. Irgendwann. In diesem Leben. Vielleicht. Oder auch nicht. Pulsating Iron rauskommen. Einmal. Und Erfahrungspunkte gibt es auch noch dazu. Gut. Schauen wir uns mal weiter. Wir haben noch einen Diamond Hole, den wir noch basteln müssen. Oh, schwer. Zwei Diamanten und Holzstückchen. Zwei Diamanten und Holzstückchen. Da. Holzstückchen. So. Zwei Diamanten. Haben wir. Time to farm. Das kann mich mir zwar gerade nicht vorstellen, dass das die einzige Hole ist, die ich bisher gebaut habe, aber okay. Electrical Steel sind wir in der glücklichen Lage, dass wir die auch ein paar gefunden haben. Sonst müssten wir die jetzt auch noch bauen. Electrical Steel. Eins, zwei, drei, vier. So. Nehmen wir auch gleich mit. Packen wir hier ein. Electrical Steel. Das war glaube ich hier. Ja. Und dann dürfte mit etwas Glück, ja, sieht gut aus, der zweite Pulsating Iron fertig sein. Daraus machen wir uns jetzt aus beiden Nuggets haben wir. Und dann machen wir uns aus den Nuggets und den Diamanten einmal, zweimal. Legen wir eins mit dem Teil. Eins, zwei. Pulsating Crystal. Damit haben wir auch unsere Farming Station. Für die Farming Station machen wir uns jetzt noch eine ganz einfache Kiste. Das sollte fürs Testen zumindest reichen. Generator haben wir. Kiste haben wir. Farming Station haben wir. Was wir jetzt noch brauchen ist, auf jeden Fall Setzlinge. Wovon haben wir denn genügend Oak? Jawohl. 64. Wir haben da vorne noch ziemlich viel Platz. Deswegen nehmen wir uns auch mal den Platz hier. Nehmen wir den ganz großen Platz, hätte ich jetzt erstmal gesagt. Einfach mal hier so mittig rein. Hier so, genau. Dann machen wir uns hier mal ein Löchlein. Packen da den Sterling Generator rein. Und haben natürlich was vergessen. Coole. Aber die haben wir auch gleich. Laufen wir halt noch mal zurück. Dann haben wir hier Charcoal halber Stack. Halber Stack. Bisschen großzügig. Charcoal halber Stack klingt nach einem Plan. Den Sterling Generator kann man natürlich wieder upgraden. Mit den Chipsetzen, hätte ich jetzt gesagt. Machen wir jetzt erstmal nicht. Macht aber auf jeden Fall Sinn, wenn man das macht. Weil dadurch wird die Burn Rate und die Generation Rate, also diese Anzahl der RF-Project, deutlich erhöht. So, jetzt haben wir dann schon mal den Strom. Und auf den Strom packen wir die Farming Station. Und die sieht interessant aus. Sagt uns schon mal hier ganz böse, ich habe keine Seeds. Ja gut, okay. Interface etwas umfangreicher. Wie bei den anderen Ender-Io-Maschinen. Aber trotz allem sinnvoll. Zum Beispiel, wir konfigurieren erstmal unseren oberen Punkt als Push. So, wir wollen das alles rauspushen. So, er verbraucht momentan noch keinen Strom vom Generator. Das ist auch praktisch. So, und jetzt können wir hier Material reinlegen. Jetzt haben wir hier die Oak-Board-Zapplings. Noch mal. Und noch mal. So, und dann sehen wir schon, das Ding baut und baut und baut und baut und baut. So, aber, ihm fehlt noch was. Wenn wir hier oben nämlich genauer reinschauen, sehen wir, es gibt hier zwei Werkzeug-Slots. Das hängt ganz stark davon ab, was ihr damit machen wollt. Und zwar, vorhin war grob zu sehen, dass neben den Oak-Zapplingen auch noch andere Sachen angepflanzt werden können. Wir probieren das jetzt erstmal nur rein mit Bäumen. Brauchen natürlich noch eine Spitzhacke. Nein, nicht eine Spitzhacke. Eine Axt. Entschuldigung. Da bauen wir uns einfach mal eine simple aus. Moment. Simple ist ein gutes Stichwort. Ich habe noch nie ausprobiert, ob die aus Tinkers-Construct funktionieren. Machen wir doch mal gleich mal OnCam. Die Frage ist nur, wo ist meine Axt? Da. Da ist meine Axt. Ah, sehr schön. Hat funktioniert. Axt da rein? Geht nicht. Also, die geht nicht. Ich gehe davon aus, dass die Axt von NRAO selber funktionieren wird. Oder auch jede Vanilla-Axt. Auch wenn es im Tooltipser heißt, dass diese Axt dafür nicht funktionieren würde. Haben wir hier noch Eisenplatten da? Ne. Plastik-Sheets. Eisenplatten. Ne. Also jetzt zwei Diamanten reinzustecken? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Nein. Das ist mir zu. Das ist mir zu teuer. Wir machen uns einfach mal eine Eisen-Zin-Zin-Eisen. Ach, ich habe doch noch Eisen am Mann. Und dann nehmen wir hier mal den Fortjammer. Nehmen wir uns vier Eisen-Ingots. Komm, mach die Platte fertig. So. Und dann gucken wir mal. Die Iron X. Hoffentlich habe ich das jetzt alles richtig im Kopf gehabt. Hier. Hast du nicht Peridot oder sowas? Nee, habe ich nicht. Habe ich nicht. Ich mache dir jetzt das Eisen erstmal. So. Eisen. Sticks. Und dann noch das passende Werkzeug. Und Hammer irgendwo. Und. Hammer rechts oben. Pfeile links unten. Pfeile links unten. Ja. Zack. Eisen. Axt. Wie gesagt, man kann da auch andere Ecks reinlegen. Ich gehe davon aus, dass wir vielleicht uns eine aus Dark Steel machen, wenn das Ding erfolgreich getestet wurde. Weil einen Langzeittest davon haben wir noch nicht. So. Hast du Bone Meal zufälligerweise einstecken? Nein, ne? Dann hole ich es. Ähm, das funktioniert wahrscheinlich aber eh nicht. Ja, wir probieren es. Wegen Hunger-Overhaul. Ja. Trotzdem probieren. Kostet nichts. Außer ein bisschen Skelettabfall. Pliziert der Generator unten drunter eigentlich schon? Ja. Tut er. Aber die Maschine fordert noch keinen Strom an. Kein Saft. Ach so. Deswegen. Okay. So habe ich das bisher verstanden. Äh. Jetzt ist da der Dark Steel. Hier ist aber schon ein Baum gewachsen. Okay. Gut. Dann. Ich schmeiße nochmal ganz kurz in den Maserator zwei Knöchel. Weil wenn wir das jetzt alles schon hier rumliegen haben. Komm. Mach hin. Bei den Äxten gehe ich davon aus, dass wir ein bisschen probieren müssen, was wir nehmen können. Aber ich bin mir sicher, die Dark Steel Äxt wird funktionieren. Und alle Vanilla Tools werden auch funktionieren. Na komm. Hallo. Das sind Knochen. Die Knochen werden doch wohl schnell gebrochen sein. Okay. Er wird es doch schaffen. Irgendwann. In diesem Leben. Bitte. Los. Mach hin. Schneller. Mach hin. Ich bin ja echt froh, wenn wir den ersten Strom produzieren. Vier mal bauen, muss reichen. Mehr werden wir nicht verwenden. So. Denn dieses Teil hat ein paar... Es ist eigentlich relativ witzig gemacht. Muss man schon ganz klar sagen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt gleich aufs Bild kriege, wenn ich die Axt reinlege. Man sieht hier noch die Reste, die kurz ein bisschen lila geleuchtet haben. Der Baum wird auf einmal abgebaut. Aber, wenn man sich die Axt anschaut, sie hat insgesamt 5 Damage bekommen. Das heißt, es wird genau richtig gezählt. Also es ist kein Ge-Cheat oder sonst irgendwas. Nein, das ist gut balanciert. Angriff von hinten. Au. Böse Jungs. So. Weg mit dir. Jetzt können wir das gerne mal mit Baumil ausprobieren, ob das geht. Ich habe nur vier Stück dabei. Gut. Vier Baumil haben nicht gereicht. Wenn man jetzt hier mal reinschaut, in der Kiste ist das auch gut. So. Und was man jetzt natürlich nicht sehen lässt. Machen wir mal hier ein bisschen. Dann. So. Machen wir uns hier mal ein Löchlein. So. Auch ich bin eins zu tief. Na gut. Da haben wir es doch schon. So. Gucken wir mal rein. Ja. Der hat schon einiges an Charcoal verbraucht. Die Frage, wie effektiv das Ganze ist, kann ich noch nicht beantworten. Müssen wir einfach abwarten. Was anderes kann ich dazu nicht sagen. Da müssen wir erstmal gucken, wie effektiv das läuft. Das lassen wir einfach ein bisschen laufen. Ähm. Sollte eigentlich funktionieren. Ah, er hat schon einen weiteren Baum abgebaut. Weil es sind schon neun Holz drin. Okay. Das Ding kann man natürlich auch upgraden. Das zeigen wir auch nochmal ganz kurz. Ich klau mal ganz kurz aus unserem Generator da hinten ein Upgrade. Weil das ist nämlich auch sehr praktisch. Da. Klauen wir uns mal den Double Layer Capacitor. Ah. Hier bauen Baum ab. Komischer Sound. So, was wir jetzt hier sehen ist eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Also ein sieben mal sieben großes Feld. Das er gerade bearbeiten kann. Jetzt legen wir mal den Double Layer Capacitor rein. Increased Energy Storage and Speed Range of Machines. So, und wie wir sehen, er hat schon ausgebaut. Ach so scheiße, sind mir die ganze Setzlinge ausgegangen. Ja. So, jetzt schauen wir mal, wie groß das ist mit einem Double Layer Capacitor. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Ja, elf ist, würde ich mal sagen, eine ganz interessante Hausnummer. Also da kann man dann schon ein bisschen was damit anfangen. Ähm, Stromverbrauch. Sehen wir jetzt hier leider nicht, wie viel er verbraucht. Ah, er hat noch nachgelegt, sehr schön. Ähm, müssen wir einfach mal, da kleckert schon wieder irgendeiner. Hier steht Max 70 RF pro Tick, wenn du auf den Energieanzeigen gehst. Maximal 70 RF pro Tick, genau. Hm. Wenn man das natürlich jetzt hier optisch... Aber ob der dann auch immer die Produzierabbar braucht. Im Endeffekt werden wir sehen. Ups. Ähm, wir lassen das einfach mal... Ja, au, Entschuldigung. Ja, jetzt haust du mich. Ja, ich will ja unten in den Erdblock, dass ich wieder rauskomme. So, ähm, wir werden sehen, wie viel Charcoal er verbraucht hat, wie viel Holz dabei rausgekommen ist. Und wenn das Ergebnis positiv ist, das heißt, wir haben noch mehr Holz wie Charcoal, Holz rausbekommen wie Charcoal, dann klingt das auf jeden Fall nach dem Plan. Wir können das Ding noch... Wenn nicht, dann müssen wir was abändern. Dann müssen wir was anderes nehmen. Ähm, ähm, wir haben hier noch weitere Stellschrauben. Die eine Stellschraube ist, wir können hier einen Quadruppel, Okta, keine Ahnung, was das genau ist, den nächsten Capacitor noch einbauen, oben. Und wir können den nächsten Capacitor noch unten einbauen in den Generator. Also da gibt es schon noch Möglichkeiten, dass wir was machen können. Ja, da produziert man momentan maximal 20 RF-Project. Das ist natürlich theoretisch zu wenig. Die läuft noch nicht optimal. Ja, gut, die produziert er durchgehend. Ist die Frage, ob das Ding die auch frisst oder nicht. Ja. Oder ob der nur Energie isst, wenn er auf den Baum fällt. Wenn er permanent Energie frisst, hätte ich gesagt, können wir das Ding dann wieder abbauen. Weil dann nehmen wir nämlich Mindfactory Reloaded, weil das Ding ist definitiv energiesparender. Das verbraucht nur dann Energie, wenn auch wirklich was zu tun ist. Wie sich das natürlich dann mit der Physik verhält beim Bäume fällen mit einer Mindfactory Reloaded Aktion. Schauen wir mal. Bau ab. Hallo, da ist ein Baum. Bäumchen. Hallo. Ah, da ist er weg. Gut. Und ist in der Kiste mit Äpfeln. Sehr schön. Als Inserfan, das Ding funktioniert. Wenn man damit normal farmen möchte, braucht man hier noch eine Ho. Man kann das Feld unterteilen in vier Teile. Insofern eine Ähnlichkeit zumindest mit Mindfactory Reloaded. Wir lassen es einfach mal laufen. Wir werden sehen. Wir werden euch berichten drüber. Aber das soll es für diese Folge gewesen sein. Oder? Ja, ne? Ja. Hätte ich gesagt. In diesem Sinne. Wenn euch die Folge gefallen hat, Daumen nach oben. Wenn euch die Folge nicht gefallen hat, Daumen nach unten. Anregungen, Kommentare, ab in die Kommentare. Und immer dran denken, wir kriegen das gebacken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.